Die waren bestimmt mutiger, aber Mut ist ja mehr so eine Eigenschaft von Einzelnen. Da gab es eben zahlenmäßig mehr mutige Leute, die das auch machten. Und was so die außenpolitischen Themen mit den Russen anging, da hatten sie einfach viel besseres Gewissen, weil die waren Weltkriegssieger und die waren dann völlig zu Unrecht von Russen besetzt worden, die Besatzungsmacht war illegitim in Polen. Und in der DDR sagte jemand, das ist ja legitim, dass die da sind, die Freunde. Aber das war schon mal ein großes Hemmnis, da überhaupt den Mund aufzumachen. Ja, also die Begeisterung, die hinter allem so steckt, die hängt damit zusammen, dass Polen also einen großen Tiefgang hatten, dass sich das nicht unbedingt, also jedenfalls mir nicht so wahrnehmbar, war in der Schärfe der Gedanken. Da kam ich erst später dazu, mich mit Joshua Mibosz und anderen zu beschäftigen. Sondern ein Vertrauen und auch eine Fähigkeit zum Glauben neben aller Rationalität. Und das hat mich stark beeindruckt. Und ich weiß, dass da einen Großteil die katholische Erziehung der meisten Polen eine Rolle spielt und auch die Bindung an katholische Rituale, auch bei den Leuten, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind und sich bewusst auch als Atheisten interpretieren. Aber da kam etwas anderes rüber, als was ich so im evangelisch-lutherischen Studium lernte. Und ich merkte später, dass es noch ganz andere, sehr wichtige Unterschiede gibt, die nämlich mit dem Verständnis von Gesellschaft zu tun haben. Und dass diese deutsche Frömmigkeit, die ja doch auch weiterhin im evangelischen Raum auf Luther zurückgeht und das Verhältnis von fürstlicher Obrigkeit und einzelnen Christmenschen so darstellt, dass das in Polen ganz anders gesehen wurde. Erstens war es örtlich sehr verschieden. Und zweitens halte ich das für eine gute Selbstwerbung der evangelischen Kirche, sich als die tragende Kraft im Zustandekommen der Friedlichen Revolution 1989 darzustellen. Also diejenigen, die das aus der Kirche und in der Kirche gemacht haben, hatten mit den Strukturen der Kirche und mit ihren einzelnen Vertretern oft die allergrößten Schwierigkeiten. Weil Kirche selbst auf ihren institutionellen Schutz und Status bedacht war und da immer wieder die große diplomatische Glocke anschlagen wollte, dass man bestimmte Dinge nicht tun könne, weil sonst das Verhältnis zwischen Staat und Kirche irgendwie leidet. Aber es war notwendig, Grenzen zu überschreiten und es war notwendig, neue Formen einzuführen und es war notwendig, sich an die Öffentlichkeit zu wagen mit gesellschaftspolitischen Themen, die ebenso nicht im kleinen Katechismus drin standen. Sondern da musste das Neue Testament neu interpretiert werden. Die Kirche war nicht oppositionell, nein. Die Kirche versuchte, ihren Bestand zu retten. Und dazu gehörten nun mal den Unterricht, das sind vertrieben worden aus den Schulen. Dazu gehörten die biografischen Feiern wie Konfirmation oder Taufe, sich das durch den Staat nicht wegnehmen zu lassen, durch die Jugendweihe oder durch die sozialistische Namensgebung oder so. Das waren also Kampf um Rituale. Aber dieser Kampf wurde leider auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen. Auf dem Rücken der Konfirmanden, auf dem Rücken der jungen Eltern, die dafür bestraft wurden, dass sie ihre Kinder haben taufen lassen und denen eben Schäden an der Karriere verursacht wurden. Und kirchliche Vertreter hatten darunter viel weniger zu leiden und konnten das mit ihrer Beruflichkeit natürlich auch viel besser verbinden. Aber ein Freund von mir, Arnold Farz, der sagt zu Recht, der Widerstand gegen die Jugendweihe ist voll auf dem Rücken der jungen Gemeinden ausgetragen worden. Und da hat die Kirche sich als Schutzorganisation, als Solidaritätsorganisation für diese Betroffenen von einer denkbar schiebigen Seite gezeigt. Und dazu hat die DDR-Kirche leider immer wieder geneigt und zu solchen Haltungen hat sie gefunden. Und es ist der Ruhm, den Einzelne sich verdient haben, wenn sie eben da ganz bewusst Schutzräume geschaffen haben, ganz bewusst Solidarität übernommen haben und ausgedrückt haben und ganz bewusst auch Einschränkungen mit in Kauf genommen haben für ihren eigenen Weg, ihre Wahrheit zu sagen. Also die katholische Kirche in Polen war sehr, sehr konservativ und sehr staatsfeindlich. Was natürlich auch nicht davor schützte, dass der Sicherheitsdienst seine Spitzel hatte in der katholischen Kirche. Aber es sind ja in Polen auch ganz, ganz viele Parteimitglieder der Kirche geblieben. Also so eine Atheismusfront hat man dort nicht aufbauen können. Und wenn es vielleicht noch bis Ende der 70er Jahre so ausgesehen hatte, als ob auch dort der Sozialismus im Denken greift, nahm das deutlich ab, als 1978 der Papst gewählt wurde. Ja, wer sagt was? Also fragen wir doch mal, was haben die Leute wahrgenommen? Die hatten natürlich Zeitung und Rundfunk und Fernsehen, da nahmen sie doch mehr den Westen wahr. Das heißt, in der Zeitung las man, dass es kontrarevolutionäre Putschversuche sind und dass der Westen, der CIA, ganz besonders da mit dabei ist, hier diesen Streik so zu koordinieren, dass das wirtschaftliche System zusammenbricht. Dass das die westliche Zielstellung sei. Und nach und nach kamen dann eben auch Stimmen aus Polen, also von Kommunisten, oder es wurden die Stimmen von Solidarność-Führern aus dem Zusammenhang gerissen, einzelne Sätze der ahnungslosen DDR-Bevölkerung übergeholfen, wo sie sich das Drama der Kontrarevolution in Polen nur vorstellen sollten. Auf der anderen Seite guckte der durchschnittliche DDR-Bürger, wenn er nicht gerade in Dresden wohnte, guckte abends die Tagesschau. Und da waren die im Westen nicht in der Lage, das wirklich darzustellen, was die polnische, der Gewerkschaftsbund sein wollte und sollte und was er konnte. Sondern von der Gründung her, weil es in einem Betrieb entstanden war, hat man gesagt, es geht um betriebliche Verhältnisse, es geht um Arbeitsbedingungen, es geht um Entlohnung und um Normen. Es geht um lauter Dinge, die für die werktätige Bevölkerung sehr, sehr wichtig sind und die Millionen polnischen Arbeiter schaffen sich da ihre Organisation. Aber im Hintergrund stand da etwas völlig anderes. Im Hintergrund stand von Jacek-Kuron ausgehend und auch gut fußend auf der Gesellschaftsidee im Katholizismus, dem Subsidiaritätsprinzip, nämlich eine Gesellschaft neu sich erfinden zu lassen. Sich nicht irritieren zu lassen von einer Diktatur, die bestimmte Formen von Partei und Strukturen usw. vorgibt, die man dann nur zerschlagen müsste und dann wäre alles gut. Sondern Jacek-Kuron sagte, ihr müsst nicht die Parteibüros zerstören, ihr müsst neue gründen. Und das war etwas, dieses Neugründen, das war für DDR-Ohren so schwer vorstellbar, aber es war so wichtig. Und dieses Neugründen, was müsste da geschehen, wer dürfte sich mit wem treffen, zu welchem Thema, wie kann so eine Macht, die aus der Verantwortung Einzelner kommt, wie kann die ihren Platz finden? Und darin geht es darum, dass die Macht aus der Verantwortung kommt und die Verantwortung bei jedem einzelnen Menschen liegt und dass die Verantwortung ein Schöpfungsgeschenk ist. Weil du ein Geschöpf Gottes bist, hat er dir auch Verantwortung geschenkt. Und vergiss es nicht, du musst diese Verantwortung übernehmen, du musst diese Kraft erleben, du musst zu dieser Verantwortung stehen, du musst sie entfalten, du musst gucken, wo wirst du wirklich von dieser Verantwortung getroffen. Und das ist für dich selbst, deine Berufswahl, deine Interessen, deine Zeiteinteilung, alles, Gesundheit, das ist deine Familie, das ist die Erziehung deiner Kinder. Und dann weitet sich das so nach außen und dieser Gedanke, dass es nicht nach oben in einer Hierarchie geht, sondern dass es in die Weite geht, das ist das deutlich Unterscheidende der Subsidiaritätstheorie von allen anderen Staatstheorien, die doch irgendwie so eine Art Überbau brauchen. Ich lernte dieses Prinzip, Verantwortung zu nehmen, wo du gerade bist. Das lernte ich von den Schriften Jacek Kurons und aus allem, was mir aus Solidarność entgegenkam. Und da merkte ich auch, hallo, das ist keine Gewerkschaft wie in Deutschland, die sich um Tarife kümmert und notfalls einen Streik macht, sondern das war ja schnell über den einzelnen Betrieb hinaus. Da gab es den Solidaritätsstreik mit der Werft in Stettin und anderen Orten Polens. Und daraus entwickelte sich dann der Solidaritätsgedanke für die Universitäten, für die öffentliche Verwaltung, für die Feuerwehr, für die Landwirte, für Bildung und all sowas. Es war, hieß noch Gewerkschaft im Deutschen, aber das, was die Polen da reinpackten, war was ganz anderes, war eine neue Gesellschaft. Eine völlig neue, selbst geschaffene, selbst verwaltete Gesellschaft. Manöver wurden beschrieben, die sich nur in einem Flussdelta, nur Sinn machen. Und das gibt es auf dem Boden der DDR nicht. Da gibt es, drum ist die Elbe und da gibt es noch die Oder. Und der Rest sind kleine Flüsschen. Und unser Freund, der Gunther, der mit dieser Meldung zurückkam, wir mussten da ganz komische Sachen in den Sümpfen überqueren von Sumpf- und Delta-Gebieten, das geht hier in Richtung Einmarsch. Und die Töne in der Zeitung waren eben auch so, wenn die Polen das nicht selber könnten, dann müssen wir helfen. Wir helfen gerne. DDR-Soldaten helfen immer gerne. Wir hauen dann da eben die Solidarność in den Pott. Und da war uns klar, für den Fall des Einmarsches wüsste die DDR-Bevölkerung viel zu wenig. Wir mussten uns selber erstmal kundig machen, wir mussten selber erstmal Überblick gewinnen, was ist in Polen, was hat das auch für Vorstufen, diese Empörungs- und Streikwellen, 156, 68, 71, 76 und so weiter. Polnische Geschichte, DDR-Geschichte, Diktaturgeschichte, Parteiengeschichte, Territorialgeschichte, Warschauer Pakt, Militärgeschichte, Kirchengeschichte, alle solche Sachen mussten erstmal verdaut werden, musste man sich darüber austauschen. Und wir wollten für den Fall eines Einmarsches in der Lage sein, Flugblätter zu schreiben, Flugblätter zu verteilen, Bildungsvorhaben umzusetzen, von Seminaren bis zu Vorträgen und dergleichen. Und da bauten wir dann langsam eine Struktur auf und wir mussten erkennen, das muss dann eine wirklich konspirative Struktur sein. Es gab einen Literaturparagrafen im Zollgesetz. Literatur, die geeignet ist, den Interessen der DDR zu schaden. Wer diese einführt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden und im Ernstfall, im schlimmsten Fall bis zehn Jahren. Wir hatten in unserer Polen-AG Verhaftungssituationen, Vernehmungssituationen, Haussuchungssituationen, Überwachungssituationen, alles Mögliche geübt, geprobt, durchgespielt. Wir hatten Rollenspiele gemacht, Vernehmer verweigern oder doch was sagen, irreführen oder mauern, gar nichts sagen. Da haben wir alles geübt, war auch alles sehr sinnvoll. Wir haben im Strafgesetzbuch rauf und runter alle politischen Paragrafen, aber dieser Paragraf, der stand nicht im Strafgesetzbuch drin. Der ist Teil des Zollgesetzes. Und dann gaben die uns nach Berlin ab, weil Berlin hat dann gleich, als sie hörten, da ist jemand wegen Solidarność in Neustrelitz, hat sie sich gleich nach Hohenschönhausen bestellt. Weil das war ja operatives, also gegenwärtiges politisches Geschäft. Da hatten die Bezirksstellen, die hatten noch gar keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollten. Die mussten da auch erst auf Direktiven warten. Und das musste in Berlin erst ermittelt werden. Was machen eigentlich DDR-Bürger, die eh schon zur Opposition zu rechnen sind? Was machen die in Polen? Wen treffen die da? Was bringen die mit? Warum bringen die das mit? Und so weiter. Die hatten nicht sehr viel Vorlauf. Und das wollten die erstmal an uns. Raustesten. Und lange Zeit ging es so, dass zu erkennen war, sie wussten gar nicht genau, in welche Richtung es gehen sollte. Wurden antisozialismusfeindlich, das war ihnen klar. Und man hat es eben lange darauf angelegt, staatsfeindliche Hetze zum Hauptpunkt zu machen. Und das brach dann in sich zusammen. Und es blieb nur der Zollgesetzparagraf. Was ist die Opposition? Was ist die Opposition? Was ist die Opposition? Opposition war ja ein Reizwort. Und viele unserer Freunde aus der Friedensbewegung und aus der Umweltbewegung, die wollten nicht Opposition heißen, weil sie meinten, es sei doch eine Verbesserung des Sozialismus und wir müssen an einem Strang ziehen. Und Opposition würde heißen, man ist ein Gegner. Wir haben mit der Zeit begriffen, dass unsere Strukturen tatsächlich ein gegnerisches Potenzial haben. Und dass wir, wenn wir handeln, wir durchaus in der Logik des Systems bestraft gehören. Und wir kamen am Anfang auf ungefähr acht Leute und es ist dann noch erweitert worden auf 14 Leute. Wir hatten nie einen wirklichen Namen. Wir nannten manchmal uns, das ist unser Verein, andererseits mal so die Polen AG, weil das so der Ausgangspunkt war. Es blieb ja nicht bei diesem Thema. Und wir waren dann 14 und wir existierten tatsächlich von 1980 bis 1986 ohne einen einzigen IM. Und wir sind irgendwann davon abgekommen, dagegen zu kämpfen, Opposition genannt zu werden. Wir meinten, das sei zwar eine westliche Erscheinung, aber es tat mir immer schon gut, wenn ich mich als Oppositioneller verstehen konnte, weil mir war klar, ich müsste auch in die Zukunft denken. Und ich müsste das, was jetzt geschieht, mit den Augen eines Zeitzeugen sehen und mir merken und eingreifen, damit ich das, es wird eine wesentliche Veränderung geben. Es wird einen Zusammenbruch geben der DDR oder einen friedlichen Übergang. Aber für den Fall muss man sich bereithalten und die Bilder und die Vorstellungen da in diese Richtung entwickeln. Und dann ist man eben ein Teil, ist man Opposition in der Bestehenden schon etwas Neues. Und irgendwie, die Staatssicherheit hat mir das gedankt, die hat einen operativen Vorgang angelegt und der trägt den Titel Alternative.